Hallo liebe Kinder, wir können ja leider heute kein Training draußen machen, deswegen habe ich überlegt, wir üben einfach mal ein bisschen was zu Hause. Ich habe jetzt auch kein Fußball hier, deswegen habe ich einfach mal einen anderen Ball genommen. Ihr könnt auch Tennisbälle nehmen oder wenn gar kein Ball ist, da ist vielleicht auch ein Kuscheltier. Und dann können wir einfach mal in unserem Zimmer, uns eine kleine Stelle raussuchen und legen den Ball einfach wieder vor uns hin, fangen wieder an dahinter zu laufen, dann wieder neben dem Ball und achten jetzt, dass wir den Ball mit unserer Innenseite immer hin und her spielen. Am besten bei jedem Schritt, bei den Kleinen wird es jetzt extrem schwierig. Je kleiner die Bälle sind, umso schwieriger wird es. Wer mehrere Bälle hat, kann natürlich immer wechseln, mal den großen, mal den kleinen. Und immer rechts, links, rechts, links. Das kann jeder zu Hause probieren. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Und wenn er das ein paar mal probiert hat, dann macht er einfach mal so, dass er am Kopf mitzählt. Bis zählen immer. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und dann treten wir mit dem rechten Fuß rauf. Und dann geht es weiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ah, habt ihr gesehen? Zehn ist blöd. Wir nehmen neun, okay? Bei neun haben wir automatisch den Fußwechsel. Also fangen wir mit neun, machen wir neun weiter und dann haben wir auch den linken Fuß. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ja, auch bei mir klappt nicht alles. Deswegen einfach immer weiter probieren. Die zweite Übung, die ich euch noch zeigen wollte, die haben wir auch schon im Verein gemacht. Einfach Treppensteigen am Ball, okay? Also, fangen ganz langsam an. Wir wechseln die Seite. Ich mach's mal von der Seite auch. Und dann merkt, ihr trefft den Ball immer, wenn ihr immer schneller hängt, rechts, links, 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 links. Und wenn ihr sagt, oh, ist der Baby einfach, Baby einfach. Noch eine kleine Steigerung. Wir machen einfach eine Runde um den Ball rundherum, okay? Also Treppensteigen. Und dabei eine kleine Runde um den Ball. Oder auch andersrum. Rechts, links, 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 links. Und es sind schon mal zwei Übungen, die ihr heute einfach mal zu Hause ausprobieren könnt. Nicht nur heute. Ja. Immer wenn ihr sagt, jetzt habt ihr Bock auf Sport, könnt ihr aber nicht raus oder nicht mit Freunden spielen, geht die Übung einfach durch. Und wenn wir dann wieder trainieren, dann seid ihr fit, okay? Ich wünsche euch viel Spaß. Euer Tommi. Ciao. Ciao.